Musik Also in Wirklichkeit ist es so, dass die Kinder, wie wenn sie geboren wären, mit einer Art Goldmünze. Auf der steht auf der einen Seite steht Beziehung, Versorgung, Schutz, sei bei mir. Ich will Sicherheit in Beziehung haben. Und sobald sie dieses haben, dann auf einmal haben sie die Kraft, um die Münze umzudrehen. Und darauf steht fast schon das Gegenteil. Wirksam sein, spielen, lernen, 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 raus in die Welt. Und was ist zentral, dass ich meinem Kind es ermögliche, dass es draußen in der Verbindung mit der Natur wachsen kann? Die sind ja nie fertig, die müssen die ganze Zeit richtig, richtig effektiv lernen. Und setzen da auf ein wirkliches Turbolernen, das eigentlich so geht, dass Kinder immer die Zone ansteuern, wo sie also nicht unterfordert sind, wo sie dann so pipi einfach, ne, und wo sie auch nicht überfordert sind, sondern wo sie die Dinge machen, die sie gerade gelernt haben, wo sie gerade so können. Und dann dabei heben sie die Decke für den nächsten Schritt. Musik 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 Musik